Eine Scheintür ist primär das Abbild einer Tür, das in den Felsen gemeißelt oder auf eine Wand gemalt ist. Meist sind Scheintüren bunt bemalt und reich verziert. Die Idee der Scheintür findet sich in vielen Kulturen, wie bei den neolithischen Erbauern von Kurzvol-Zeverntums im alten Ägypten, bei den Etruskern und in Saatischen Felsengräbern. Auch huatische Tempel wie Melakapi, sie haben Scheintüren. Megalith-Bauten Manche Megalith-Anlagen des Kurzvol-Zevernt-Typs haben an der Vorderseite der Hügel, dort, wo üblicherweise der Zugang zur Kammer lag, Scheintüren, hinter denen sich bei diesen Anlagen keine Grabkammer befindet. Auf Sardinien finden sich Scheintüren in den Domus Dejanas Felsengräbern, beispielsweise in Angelou-Rou-Jou, in Mezou-i-Montes und der Chocolitischen Nekropole von Montesou, im alten Ägypten. Die Ägypter glaubten an ein Weiterleben nach dem Tod. In der altägyptischen Mythologie waren die Vorstellungen verankert, dass die Seele des Toten durch die Scheintür in das Seasites gelangen kann. Im alten Ägypten sind mehrere Varianten von Scheintüren belegt, so etwa die Mittelstützen-Scheintüren, Prunkscheintüren oder naturalistische Scheintüren. Bei den Römern. Auch in der römischen Malerei wurden Scheintüren dargestellt. Aus Pompeji sind einige Beispiele bekannt, wo Fresken an den Wänden Türen imitieren und damit Räume größer erscheinen lassen sollten. In der modernen Architektur. Auch in der modernen Architektur hat die Scheintüren Platz. Sie dient der Vortäuschung von Türen, um innerhalb des Raumes eine Symmetrie zu erreichen. Beispielsweise im Ahnenseil des Schlosses von Rastatt oder der Villa Godival Marana in Veneto.